Herzlich Willkommen bei der Hobbyfamilie featuring Fung and the Cool Kids. Wir sind hier in Hosenfeld. Nein, kein Scherz, das Ding heißt hier wirklich Hosenfeld auf einem Campingplatz. Nicht Bierwinkel, sondern Blickwinkel. Bergwinkel. Ach Bergwinkel. Sehste, schon falsch. Viel Spaß bei diesem Video. Ja, und damit Willkommen bei der YouTube-Webfamilie. Wohnwagenburg, weil wir mit unserem Wohnwagen hier auf diesem tollen Platz eine Wagenburg machen konnten. Und ja, wir haben uns hier mit vier, leider nur mit vier, YouTube-Kanälen getroffen. Eigentlich sollten wir fünf sein, aber Dennis, dem Bobby on Tour, ist leider gesundheitlich was dazwischen gekommen. Und somit sind wir jetzt zu viert hier und haben uns als Wagenburg aufgebaut. Und in der Mitte haben wir gestern Abend schon das Lagerfeuer gemacht und gegrillt. Und da wird jetzt auch gerade alles vorbereitet für das heutige Essen. Dann gehen wir jetzt mal gleich runter, damit ihr mit dabei seid. Ich bin selber gespannt, was es alles gibt. Und während hier gerade alles vorbereitet wird für das Essen heute, das wird hier nämlich in Gemeinschaftsarbeit heute gemacht, zeige ich euch erstmal, was gestern Abend hier alles los war, als wir hier angekommen sind. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir hier für die Kinder Pommes selber machen und wenn wir im Dutch Oven was machen und keine Ahnung, was wir sonst so alles machen. Baut hier eine Party-Location auf, Jackie. Ja klar! Da kommt jetzt ja die Bar hin. Wir kriegen eine Bar? Und DJ kommt auch noch, oder was? Was ist hier los, ey? Nee, nee, das ist gerade Material, was nicht veröffentlicht wird. Doch. Nein. Doch. Oh, der Letzte ist auch angekommen. Ey, Mutter! Da musst du was packen schneiden. Ich mach nur so, pass auf. Bitte, da haben hier niemand drauf! Da haben hier niemand drauf, ey! Ha! Ey, du musst einfach nur bei schreien, dann geht das! Dann geht das! Wir sind kurz vorm ins Bett gehen. Es ist schon irgendwie 1 Uhr oder so. Und ich hätte eigentlich gedacht, das wird morgen früh erst was. Ich habe die ganze Zeit immer wieder geguckt. Kann man das erkennen? 1.000 Abonnenten! Na ja. Ja, also ich würde sagen, ich mach mal den Becher voll, ne? Warte mal, wo ist das Handy? Nein! 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 Ja! Ja! Geil! Auf euch! Und was immer in Vergessenheit gerät, alle, die gesamte Familie, hat 1.000 Abonnenten erreicht. Richtig! 1.000 Abonnenten! Glückwunsch! Dankeschön! Ja, cool! Guido, mein Alter, ich habe auch erst morgen früh damit gerechnet, aber ihr habt die 1.000 Abonnenten erreicht. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet. Ich habe echt gedacht, morgen früh ist es soweit. Aber es ist doch noch heute Abend passiert. Und das hast du nur dir selbst zu verdanken. Ja! Und verdient! Danke! Guido! 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 Ja! Kau? 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 und in der zwischenzeit sind alle schon richtig fleißig hier am essen vorbereiten da vorne sind drei frauen am kartoffel schälen hier vorne ist ein kind am teig kneten warum auch immer was soll das eigentlich werden hier stockbrot für die kinder im stockbrot wie geil ist das denn richtig cool mit stockbrot hier werden die kartoffeln gemacht richtig action hier ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Auf jeden Fall. Gut, den ersten Abend müssen wir nicht wiederholen, nicht in dem Maße, aber ja. Nicht Maße, Massen. Nicht in den Massen, ja. Maßen und Massen. So, und ich will mich jetzt auch mal wieder ein bisschen bewegen. Wir müssen auch noch weiter einpacken. Wir sind zwar schon zu dreiviertel fertig, aber ich möchte auch gerne ganz fertig sein. Eigentlich sollte jetzt hier jemand auf meinen Schlüssel drücken. Ja, so, jetzt geht er auf. Ja, und dann, wenn wir eingepackt haben, dann haben wir noch eine Stunde Zeit, ein bisschen gemütlich mit denen zusammenzusitzen, bevor wir dann nach Hause fahren müssen. Also, los geht's. So, Manni ist schon weg. Guido koppelt gerade an. Wir sind bereit, dass wir auch ankoppeln können, aber dafür muss erst mal Guido weg sein. Und der letzte ist dann Fung. Und dann war es das hier mit unserer YouTube Wohnwagenburg 2021. Ich bin mir sicher, dass wir das alle nächstes Jahr wiederholen werden. Ja, mal gucken, ob wir uns wieder diesen Platz aussuchen, der war echt ideal dafür. Oder ob wir noch was anderes finden. Wer Ideen hat, wo man als Wagenburg stehen kann mit einem Feuerchen in der Mitte, schreibt uns in die Kommentare. Und ansonsten abonnieren und Daumen hoch nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Was für ein Gespann. Aber er muss da auch wieder rauskommen, mit seinem Auto. Na, dann gibt es ja sogar noch kleine Abenteuer nach dem Tschüss, sagen wir. Tschüss. Gut, dass wir nicht als erstes hoch sind. Ja, so kann man das auch machen, würde ich sagen. Wenn man einen Sportwagen mit Allrad hat. Mann, hier ist was los, ey.